Willkommen zu einer neuen Runde von Spelunky. Diesmal habe ich eine andere Gastkommentatorin dabei. Hi! Und sie wird wie eben die andere auch versuchen, das Spiel zu erklären, während ich einfach so vor mich hinspringe und das mache, was ich so immer mache. Und dann legen wir einfach mal los. Und los geht's. Und springen. 500 und 1000 Punkte. Links nicht lange niedergemacht. Auch springen, auch springen und wieder runter. Da ist nichts zu holen. Da wird er beschossen. Schießt er zurück. Klappt nichts. Spring, spring, runter. Spring, spring. Da kommt dann die Spinne von oben. Mach sie nieder. Na los. Ne, er raut ab. Das war ein bisschen feige, aber das macht ja nichts. Runter auf die linke Seite. Da haben wir 1000 Punkte geholt. Da ist ein Spielen im Netz. Man muss ein bisschen aufpassen. Man springt ein bisschen runter. Und da geht man wieder raus. 29 Sekunden. Und 3500 Punkte. Nicht schlecht. Das war's. 20.00我覺得. Sekunden. 20.005. 20.009. 20.01. 23.005.